Ja, geht das jetzt schon? Können Sie mich sehen? Ich glaube, das geht schon. Dr. Käfer, nochmal hier. Ganz kurz, ich muss Ihnen was erzählen. Es hat sich so viel getan. Ganz viele Nummern habe ich bekommen. Ja, eine ganz besondere habe ich auch noch bekommen. Schönen Sie mal. Ja. Ohlala. Egal, ich wollte Ihnen was sagen, weil ein paar Leute haben auch gefragt, warum sollen wir denn jetzt bei mir anrufen? Das wollte ich Ihnen schnell erklären. Der Dr. Fascherl, das ist unser Oberchef, der hat jetzt leider gesagt, momentan dürfen wir nicht ins Krankenhaus gehen und unsere lieben Patienten besuchen. Nein, hat er gesagt, alle, keiner darf rein. Also meine ganzen Kollegen nicht, ich nicht. und die Dr. Rotz nicht und der Dr. Holler nicht und die Dr. Ete, bitte, Ete. Gar keiner. Nein. Und das ist ganz blöd. Ja. Wegen diesem Virus. Wissen Sie? Wegen diesem... Wegen diesem... Ich sage es Ihnen, wenn mir der unter die Füße kommt, den streck dich. Also, wir dürfen jetzt nicht. Und da haben wir uns gedacht, wir könnten aber zumindest telefonieren. Genau. Und deswegen habe ich Ihnen meine Nummer geschickt und Sie mir irre. Das geht jetzt jeden Tag. Von 14 bis 16 Uhr können Sie anrufen. Bei uns. Genau. Und mit uns reden. Egal, ob Sie daheim sind und krank oder im Krankenhaus und krank oder wenn Sie in Quarantäne sind, auch wenn Sie in Quarantäne sind, können Sie bei uns anrufen. Wir sind für Sie da. Können wir ein bisschen plaudern. Ja. So, das wollte ich Ihnen sagen. Aus. Ja. Uh.